Was geht meine Freunde und seid herzlich willkommen in einer weiteren Folge ARK EXTINCION! Dego, wir sind gerade mit unseren Eulen unterwegs. Hallöchen Dego erstmal. Halli bon suave, Munchanchos. Halli bon suave. Ihr wollt es. Und wir wollen es auch. Steh, go! Nein, wir haben abgestiegen! Wir haben sogar ein Spino gefunden hier gerade. Allerdings ist der Level 8 gewesen. Ich bin fast tot, ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe! Was machst du? Wo denn? Wo bist du? Digga, wo bist du denn? Unten? Ja, ich bin tot, ich bin sowas von tot. Hallo! Lol! Ach da unten bist du, lol! Ich bin einfach abgestiegen! Okay, ich habe Colton Ruhle auf Follow gemacht. Lol, Alter! Digga, was für ein volles... Alter, was hast du da unten gemacht? Digga, ich wollte F drücken, um in das Menü von der Eule reinzugehen. Und hab dann eiskalt... E gedrückt und bin abgestiegen. Lol! Und dann hatte ich noch so wenig Leben und dann direkt der Erste, nämlich an uns ein Petri und dann noch ein Spino obendrauf. Und dann noch ein Spino! Ich bin gerade in der Base, hier kann ich wenigstens noch mal kurz wie so ein paar Sachen klären, bevor Deko das Bettchen baut. Ja, wir wollen nämlich eigentlich ein Spino zählen. Ihr habt das schon ziemlich oft in die Kommentare geschrieben. Wir brauchen wieder einen neuen Zerberster. Genau, einen neuen... Wie hieß er? Ah ja, Hodenzerberster? Ich glaube er hieß Hodenzerberster, oder? Nein, Analzerberster? Ne, Hodenzerberster auf gar keinen Fall. Irgendwas Arschiges war das. Anal... Keine Ahnung. Egal. Jedenfalls... Warte mal, was brauche ich denn eigentlich für ein Bett? Einfaches Bett, ganz normal. Fasern, Holz, Stroh. Für alles wahrscheinlich. Es ging auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut los. Ja, es ging... Hauptsache... Wir haben gerade auch unterhalten, ob wir hier schon anfangen sollen, oder ob wir uns erst wirklich einen richtigen Spino schon suchen sollen. Und dann sagt er mal, ja ne, wir müssen einfach hier anfangen. Und auf einmal... Ist er weg, schreit rum. Ich hatte überhaupt keinen Plan. Ich wusste nicht, was... Wie abge... Was... Was passiert ist, Alter. Haben da geflogen auf einmal. Ich bin gleich tot! Ich bin gleich tot! Was? Was ist jetzt passiert? Na ja. Okay. Mabel ist passt. So schnell geht das. So. Oh nein, scheiße. Ich will... Abbrechen. Den selben Fehler gemacht wie du letztens. Und hab erstmal ein Strohdach gebaut. Aber... Ich teste gerade was. Bitte? Ich teste gerade mit den Kantendinos. Wenn ich das Ei da einfach in die Mitte reinwerfe, ob sich irgendwas ändert. Ah Strohdach. Es brütet! Was? Es brütet eiskalt! Es ist nicht zu heiß. Wo denn? Aber es dauert eiskalt eine Stunde zehn. Für die Schneeeule. Ja. Aber es funktioniert! Aber was musstest du machen? Es einfach in die die Metrodons reinwerfen. Ja? Ja, also... Letztes Mal hat es das Damage bekommen. Das stand da zu heiß. Kann doch sein, dass es jetzt an der Tageszeit... Weil meinst du, die machen das automatisch? Wäre interessant. Ich lass das jetzt einfach mal da liegen, ja? Eine Stunde zehn. Okay, Mouchachos! Ihr wisst Bescheid, haut in die Kommentare. Vielleicht ist es ja so... Zufällig. So nach 15 wissen, dass die jetzt automatisch die Temperatur anpassen. Äh, das Bett steht übrigens. Nice! Dann komm ich jetzt rum. Wo bin ich denn gestorben? Ich sehe leider hier gerade... Irgendwo vor uns. Vor uns bist du gestorben irgendwo. Irgendwo in die Richtung. Achso, oh, du bist ja echt weit geflogen. Okay. Ja! Da haben wir es! Und das ist immer noch ein Spino. Oh! Er ist gerade mit Gasbacks beschäftigt. Vielleicht kannst du ja die Gunst der Stunde... Oh, da drüben ist noch ein Spino! YOLO! Digga, noch mehr! Digga, hier ist die ganze Spino-Familie! Oh, Leute, das ist gerade einfach gespawnt vor uns. Weisend gespawnt vor uns! Oh! Der eine ist Level 70 männlich. Das ist ganz geil, oder? Obwohl... Aber eigentlich ist Level 70 ja auch noch ein bisschen zu low, ne? Ne, wir brauchen Level 100, oder? 100 ist schon... Würde auch sagen, so... Also ich würde mich ab 90 zufrieden geben. Okay. Wobei auch schon scheiße wäre dann. Also... 100 wäre schon cooler. Okay, verstehe ich. So, ich level meine Eule gerade ein bisschen auf Gewicht. Aber krass, dass hier plötzlich 5 Spinos sind, ne? Ne, 4? Doch, 5! Also hier hat 5 Spinos. Vor allem war es eben gerade nur einer. Und dann sind die anderen alle respawned. Ich weiß nicht, ob wir die vielleicht umbringen sollten, dass die... Ja. ... wieder respawn Plätze haben für Spinos. Für neue Spinos. Die Frage ist jetzt aber, ähm... Kriegen wir das hin? Da ist noch ein mutierter. Irgendwo oben drauf stellen und Armbrust, ne? Ja. Wegarmbrust. Hier oben drauf ist aber... Ich glaube hier könnte es gehen, ja? Kann ich hier landen? Wo? Wo? Wie gelandet bin ich hier. Oh, ja, ja. Sexy. Dann helfe ich dir doch. Wenn ich jetzt absteige, falle ich runter und bin tot. Ich brauche noch normale Pfeile hier. Hab ich vergessen mitzunehmen. Dammit! Meinst du ich kann hier? Soll ich es versuchen? Und Scharfschutz? Mach es einfach. Alter. Und hat geklappt? Sehr schön. Ich lebe noch, ja. So. Okay, da ist einfach ein Spino und der muss nicht sterben. Der hat aber schon wieder zu damage bekommen in meiner Armbrust. Der sieht richtig geil aus. Aus dem Teufel. Oh, der ist aber wirklich baston. Wenn nicht alle Low Level wären, dann... Alter, der sieht echt geil aus. Puh. Aber ich muss ihn umbringen. Alter, der sieht richtig cool aus. Mhm. Boah. Knack so. Level 20, ey. Was? Der drüben ist der andere Spino, den ich schon fast umgebracht habe. Der hat sich gerade mit einem Sumpfpferd angelegt anscheinend und ist gestorben. Okay. Der andere, der rote ist auch down. Das heißt, zwei Plätze haben wir frei gemacht. Spinos jagen, wo die anderen reingelaufen sind. Ah, die Hände. Ich schieße mal an. Ich schieße mal ein bisschen an, ja. Was? Guck mal, haben sie Loot? Pfeile. Aber Pfeile kann ich gut gebrauchen. Ich habe ein bisschen wenig Pfeile dabei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Huh. Und der hängt fest, oder? Ne. Das könnte sogar der 70er sein. Machen wir platt. Machen wir richtig schön platt hier. So, hier entschuldigen. Ja, ist der 70er. Oh, armer Gas weg. Ähm. Quats. Hä? Wie kann ich den Spino verfehlen? Für mich. Geht doch. Ah. Ja, die Positions hier sind echt kacke. Ja. Ja. Quats. Nächster. Hier, wenn er sich da gerade eh mit irgendwas anderem battelt. Absteigen. Digga, ich battle deine Mutter. Komm her. Truppe, Truppe, Truppe. Oh. 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 Geh doch rauf. Wir schaffen das so. Kämpf, Diko. Kämpf. Wie ein Mann. Ja. Ich kämpfe aber aus sicherer Entfernung. Bleiben wir so. Quats. Nein. Nein. Ich wollte den Kill machen. Hast du nicht verdient. Aber die Pfeile gönnen mir. Hallo, meine Kriegsbeute. Meine Pfeile. Digga, da sind schon. Hä? Oh mein Gott. Pass auf. Komm zu Säurespucker. Ah. Ah. Gehen sie mir aus dem Wage. Säurespucker ist eklig. Oh ne. Das Coldmirror. Hä? Wo habe ich meine Eule abgelegt? Oh mein Gott. Geil. Deko. Element. Ich glaube, hier können wir Element abfarmen. Oder? Hast du meine Eule? Kann sein. Okay. Ich habe irgendeine geschnappt. Dann hast du sie. Einfach hier weiter in den Westen. Oh. Ja. Das sind so ganz komische Dinger. Und die Muscharges haben geschrieben, dass man daraus Element bekommt. Lass uns mal schauen. Oh ey. Was hast du gegessen? Link Skorpione ey. Please ey. Putz. Oh. Quats. Und irgendwas cooles. Schauen wir mal. Toll. Elementklumpen. Ja. Oh. Ich kann es kaputt hauen. Okay. Oh. Die brauchen gleich ihren Hilfer. Ah. Ich bin doch schon da. Geht nicht weiter kaputt, komischerweise. Machen wir mit der Axt. Coldmirror. Was? Ich kann nichts mehr machen. Ist das Server schon wieder down oder was? Please. Server down. Da sind wir wieder. Wir haben die Miete nicht gezahlt. Deswegen wurden wir rausgeschmissen und eiskalt. Element ist weg. Wow. Wir kommen wieder rein. Element ist weg. Wow. Das wäre so geil gewesen. Ja. Ich habe gelesen. Bla bla. Mit euren Dinos könnt ihr die und die Drops machen und Element verteidigen. Element verteidigen? Verteidigen. Ich habe keinen Plan was es heißt. Ich habe mir dann halt daraus gereimt irgendwie, dass man das Element auch gegen so eine Welle von Dinos verteidigen muss man anfangen jetzt abzubauen. Aber gerade ist ja nichts passiert. Außer dass der Server abgeschmiert ist. Ja. Ich hätte das eben kaputt machen müssen. Oh. Da haben wir noch 9 Spinos. Alter Digga. Hier sind über 2. Ich sehe gerade 4 Spinos aus meiner Sicht wieder hin. Level 11 habe ich hier. Und ich brenne hier aber ordentlich runter muss ich sagen. Das ist sehr sehr tödlich hier. Noch ein Spino. Level 11 und Level 30. Level 24 da hinten. Oh die sind alle so low. Please. Mal ein bisschen gegen fressen. Level 30 und Level 15. Ich ziehe weiter. Oh hier haben wir den nächsten. Das ist aber krass. Das ist ein Level 5. Digga. Ich bin da fast down alter. Was? Echt? Jetzt erst. Man muss echt aufpassen. Oh da haben wir wieder einen. Komm. Level 38. Die sind alle so lächerlich. Die sind vielleicht doch den 70er nehmen sollen. Einen Tod. Okay ich zieh weiter in den Westen. Aber ich frag mich wenn die hier sind. Wie die einmal zu uns kamen. Hatten wir Spinos? Level 11. Ja bei uns sind auch welche von oben runter gefallen. Wo es zum See geht bei uns. Echt? War das ein Spino? Da waren noch 2 Spino Wander auf einmal. Echt? Das wäre ein T-Rex gewesen. Ne ne. 2 Spinos waren da. Okay. Also hier ist wirklich alles voller Spinos. Das muss echt ein. Level 13. Digga. Ausgesamter gewesen sein. Alter ich hab noch. Ne. Auch ein Level 5. Digga. Wie können die alle so weak sein? Du musst die umbringen oder so. Schließ Muskel Zerberster. Ich musste gerade aus dem. Erstmal rausfliegen. Ich sterbe gleich. Schließ Muskel Zerberster hieß er. Schließ Muskel Zerberster. Genau das war es. Ne gut alter. Schließ Muskel Zerberster. Digga. Wie gibt es auch ganz gut. Betallfarmen gehen. In der Area. Ich krieg kaum Dammit. Warte mal. Krieg ich überhaupt Dammit? Aber ich muss jetzt hier. Also ich hab nur noch 50 HP. Was? Alter. Okay. Das ist krank. Ja. Deswegen musste ich jetzt auch in Sicherheit gehen hier. Ich glaub du musst einfach mal deine Rüstung aussehen. Digga. Ich verliere immer noch HP. Warum verliere ich denn immer noch HP? Du hast doch die Metallrüstung oder? Ich glaub die ist nicht ganz so geil. Jetzt bin ich komplett nackt. Gerade hier. Aber ich verliere immer noch HP. Aber vielleicht nicht mehr so schnell. Ist das wieder der Level 7? Ja. Es sind wirklich alle low. Wirklich komplett. Level 33. 70 hätten wir nehmen sollen. Oh. Digga. Boah wie das hier brennt. Easy alter. Einfach landen und mit der Eule hochheelen. Echt das geht? Ach stimmt ja. Ja. Richtig cool alter. Oh mein Gott. Ich bin hier wirklich im Nögel. Muss man nur aufpassen, dass man die Ausdauer von Eule nicht aufbraucht. Bevor man fast stirbt. Level 90. Weiblich. Bam. Boah. Ich bin aber auch echt. Eigentlich haben wir gesagt 95 bis 100. Aber nehmen wir. Ich bin komplett unten links. Ah da bist du. Fahren sie bitte nach links. Oder fliegen sie nach links. Hallo. Ah da. So einer von denen. Ich muss hier mal eben gerade landen um mich zu ... Oh nochmal kurz schauen wer das jetzt war. Level 90. Da war sie die jute Dame. Und wir cheaten einfach und fliegen uns hoch. Easy. Oh diese blöden Schlangen. Lass mal hier runter schießen. Gut. Fall mal hier runter. Kurz Eulenausdauer aufladen. Ist da. Sehr schön. Narcotic Pfeile. Quats. Wer da zwischen den Schwefeldingern eingeklemmt ist oder was. Ja genau. Hätte sogar eine gute Position da war. Ja. Und shoot. Und shoot. Oh. Wow wow wow. Was passiert hier? Das war. Das war ich. Oh. Alter ich hab mich gerade ziemlich hart angecutt. Kurz mal die anderen Level 8. Guck mal der frisst einfach nebenbei noch andere Dinos weg. Mann der ist cool. Hat eine geile Färbung bei dir. Schön rötlich. Los. Flex die anderen. Flex it. Flex it. Flex it. Flex it. Flex it. Vielleicht sollte er erstmal die anderen Dinos wegkacken. Oh nein. Hedris. Ich hab keinen Nerv jetzt für deine Kacke hier. Teil Teil. Komm her hier. Wer? Was? In mein Schwert du Missgestalt. Missgestalt. Ja ist er. Schwert in dein Gesicht alter. Schön getroffen. Äh. Hallo. Äh. Dino. Ah hinten. Hier. Was? Hallo. Oh der ist aber schon ganz schön blutig. Oder ist das einfach seine Färbung? Hoffen wir mal. Oh. Wir können ja nicht mehr machen außer drauf schießen. Oh. Oh er liegt. Umgekippt. Er liegt. Warte mal. Brennen wir da eigentlich auf diesem Zulfur weg? Ich mach jetzt nochmal normale Pfeile. Das Problem ist wir haben keinen. Wir haben keinen Narkotik dabei ne? Ich habe 100 Narkotik dabei. Achso. Okay. Kannst du mal kurz healen? Ja. What? Hiiii. Ey das ist echt ne geile Idee. Ich bin sogar unter deinem Flügel. Oh. Richtig schützend die Flügel um mich ausgebreitet. Süß. Attacke Deko. Ausmerzen. Check. Warte. Aha. Okay. Zu spät. Zu spät. Wuhu. Woll grad noch checken. Oh. Ja auch bin weg. Ha. Hua. Hua. Digga. Getroffen aber nicht getroffen oder was? Stirb. Warte. Warte. Loll. Ich wollte dich nur beschützen. Ich wollte dich nur beschützen. Ja. Wo ist er? 600 Damage machst du an dem. Boah. 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 Ich hab keine Ahnung welches Level. Boah. Level 11. Direkt weg. Bei solchen Dinos sind es immer richtig geil. Wenn die so sterben und dann noch so vor einem so mit dem Gesicht bremsen. 1969 Damage auf den Dilo. Headshot alter. Okay wir ziehen hier weiter. Dilo komm her. Ich zerheadshotte dein Leben. Oh hallo Dinos. Gibt es hier noch spezielle Dinos? 1169. Oh yeah. Da haben wir noch einen Spino. Komm an. Wenn du jetzt Level 180 bist. Noch einer? Loll. Level 11 ey. Nein. Wage ist nicht mich angeschossen. Wage ist nicht mich angeschossen. Oh hier haben wir noch einen. Was? Warte mal. Der sieht auch gut aus von der Färbung. Ah Level 40. Kommt der hoch? Was? Wollte ich schon sagen. Der kommt hier hoch ey. Ich check mal eben du jetzt was er sagt zu Level 90 Spino. Ja. Und? And Mrs. Dodo Dex. What do you say to? Okay. Haben wir. M. P. R. S. S. Level 90. Brenne ich gerade? Ne. Sehr gut. Level 90. Oh. Agentavis Kibble könnte man entamen. Ah. Haben wir leider nicht. Shit. Alter. Level 90. 14 Prime Meat. Oh. Haben wir schon mal 7. Ballern wir schon mal rein. Level 134 kommen. Oh. Lecker schmecker. Hört sich gut an. Aber ist ganz schön viel. 14 Prime Meat hast du gesagt ne? Habe ich gesagt. Warte. Äh. Brauch aber nur 10. Er hat 1 gegessen und hat schon 11%. Ah. Okay. Cool. Oh sogar noch weniger. Wir haben sogar nur 9. Ähm. So. Ab gehts. Noch mehr Prime Meat brauchen wir. Lass nochmal in den Westen weiter ziehen. Oh. Der Spino ist auch einfach gone. Ne da hinten ist er. Da schauen wir gleich nochmal welches Level die sind. So. Wenn ich jetzt 7 Level Ups habe. Muchachos. Ich wollte eigentlich gerade meine Eule auf Movement Speed leveln. Weil die richtig geil viel Ausdauer haben. Man kann richtig lange fliegen damit. Aber. Ja. Die sind ein bisschen langsam. Aber. Movement Speed kann man bei denen nicht leveln. Kann man nicht gar nicht. Jetzt bin ich enttäuscht und weiß nicht genau was ich machen soll. Dann gibts halt noch mehr Ausdauer. Echt schön. Noch ein bisschen mehr Leben. Oh. Hier ist auch sehr viel. Und nochmal eben hochhealen. Ich bin ja schon wieder hier auf dem Viertel. Und zack. Und zack. Oh. Da unten sind auch noch ein paar. Low. Die meisten sind hier zwischen Level 5 und. Level 20. Level 10. Level 19. Fickern sie. Arschloche. Okay. Also wir wissen. Oh. Wir können hier nach unten weiter. Wir müssen die auch umbringen oder nicht. Können wir machen. Also wir wollen noch Meat holen oder nicht. Try Meat. Ja. Machen wir. Easy. Easy. Alter. Was denn? Digga richtige Massenschlägerei da unten. Schon wieder. Oh. Digga. Petri. Warte. Loll. Fick ihn. Loll. Fick ihn jetzt. Fick ihn. Fick ihn. Fick ihn. Kann ich kein Damage machen gerade. Jetzt. Komm. Hau Truppe. Oh. 2.900 Damage. Alter. Ne. Da unten haben sich gerade 2 Sumpfpferde mit irgendwie 6 oder 7 Petris geschlagen. Okay. Richtige. Richtige Massenschlägerei. Hey. Ich seh's da hinten noch. Alter. Da ist wirklich Schlägerei. Oh. Oh. Die Polizei. Kommt der hier hoch. Digga. Wie schnell schwindlos einfach sind. Wie schnell schwindlos einfach sind. Oh mein Gott. Da ist alles keine Drache Deko. Was? Wo? Warte mal. Aber mutiert der leider. Oh. Warte mal. Wo denn? Weiter im Süden. Weiter. Hier wo ich gerade bin. Ach du siehst mich gerade nicht. Boah. Direkt bei den roten Lichtern. Alter. Muchachos. Gibt es hier sowas auch in nicht mutiert. Das ist die Frage. Büffan. Boah. Das ist echt eine Viva. Ja. Alter. Welche geil. Alter. Sieht geil aus. Welche geil. Digga. Sieht richtig cool aus. So. Level 30. Level 8. Oh. Hier ist wieder nur Müll. Und Level... Level 30 wieder. Digga. Wenn wir hier... No. Ich bin unmütig geworden. Nein. Wo bist du? Scheiße. Nein. Du bist noch nicht gestorben. Unter meiner Eule bin ich. Scheiße. Oh ja. Ich seh ich. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich bin zu mir und heil mich. Okay. Ich hab neulich nicht mehr gegessen. Weil du nicht viel gegessen hast. Ich bin nicht wieder da. Okay. Hast du meine... meine Eule mit runtergebracht? Nee. Kann ich aber kurz machen. Direkt neben dir ist leider auch ein Spino, aber sieht gut aus. Okay. Und der Drache. Und der Drache. Okay. Und Anfollow? Ja. Okay. Weiter gehts. Lass noch mal weiter in den Norden ziehen. Wenn das überhaupt... Nee. Dann ist es der Süden. Digga. Essen musst du doch aber immer. Ich merke das sofort, wenn ich irgendwie einen roten Rand oder so habe. Dann guck ich direkt, was los ist. Nein. Es war gerade... Ich war einfach nur instantly... sofort unmächtig. Ich hab keinen roten Rand gesehen. Vielleicht war ich einfach nur zu behindert dafür. Digga. Hier ist der Drache unter mir direkt. Oh. Wollen wir den umbringen? Oder? Ist zu gefährlich. Welches Level ist der? Weiß ich nicht. Oh. Der sieht aber schon episch aus. Der will 10 nur. Oh. Der sieht richtig episch aus. Digga. Wenn man mit sowas hier rumreisen könnte. Aber ich glaube... Der hätte uns schon irgendein Muchacho vorgeschlagen, dass wir die tamen sollen. Aber bisher gibt es eigentlich alle mutierten Dinos auch ohne Mutation. Ich weiß nicht. Ich hab noch keinen mutierten Rockbreak gesehen. Stimmt. Also keinen nicht mutierten Rockbreak, ja. Hast recht. Genau, ja. So rum. Okay. Ich hab übrigens den einen Spino gekillt, aber nicht abgebaut. Dann lass den da nochmal umbringen, die beiden. Die sind glaube ich auch low-levelig. Was haben die? Level 24 und Level 30. Joa, mach mal platt, ne? Mach mal platt. Schießen! Sein Bruder kommt! Sein Bruder! Sein Bruder! Ich hab deine Schwester nicht angefasst. Ich schwöre. Ich blocke. Hier, ich blocke. Du kannst, du kannst was machen. Ich blocke. Ja, ja. Wow, ich blocke noch nicht mehr! Warte! Machen die so viel Schaden? Ich war eigentlich gerade in diesem Chill-Modus hier. Töt ihn! Digga, stopp! Digga, ich krieg kein Damage auf ihn drauf. Und? Ja, er haut jetzt ab. Die kleine Muschie haut ab! Oh! Spass! Sind beide jetzt hier, oder was? Digga! Digga, was ist das für Muschis? Digga, richtiger, richtiger Mission Impossible-Move, alter. Huh! Digga, in der Luft! In der Luft töten! Boots! In der Luft umgebracht! Und abgeerntet auch in der Luft, oder was? Okay. Ich bin gerade hier vom Felsen runtergesprungen, hab mich um 180 Grad gedreht und den Spino weggekloppt mit einem Fall. Geil! Okay. War schon ein cooler Move. War schon ein cooler Move. Ey, lass uns mal lieber schnell nach dem... 180 Grad No-Scope. ...Spino schauen. Ich hab grad ein bisschen Angst. Yo, ich hab fünf Filet. Okay, geil. Ab geht's. Hier war das, glaub ich, oder? Ja, ich geh schon davor. Äh... Andern. Und rein! Oh, der braucht er noch ein bisschen. Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh! Keine Damage! Der Kick Damage! Was ist da los? Warum Kick der Damage? Das war ich gerade, sorry. Yo, ey. Wie hast du das denn jetzt wieder gemacht? Ich hab einen Sturzflug gemacht. Aber du siehst, wo die Eule gelandet ist. Ich glaub, ich steck hier fest. Hahaha! Ah, ne doch nicht. Also du siehst, wo meine Eule ist, ne? Also ich bin eigentlich ein gutes Stück weg gewesen. Hä, aber du hast Damage an dem Spino gemacht. Ja, mit dem Sturzflug. Also weil du auf ihn drauf geflogen bist? Nein. Du siehst doch, wo die Eule ist, oder nicht? Ne. Wo meine Eule steht. Ne. Hinter dir. Ach, da! Da bin ich gelandet mit dem Sturzflug und hat 10 Damage gemacht. Achso. Oh, shit. Wie ist jetzt die Effektivität? Kannst du leider grad nicht sehen. Oh, nur 96%. Aber ist noch in Ordnung. Ich bin hier raus. Aber das dauert echt super lange. Ich dachte, das geht schneller. Also Dolodex hat auch gesagt, eine halbe Stunde. Oh, wow, 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 wow. Okay, das ist echt ein bisschen. Digga, ich komme nicht mehr raus. Hilfe! Muss ich irgendwie helfen? Warte mal, hier. Huh. Oh. Parcours-Deko. Ach, bist du. Haha. Jetzt stoße mich nicht in dieses komische Sulfurwasser hier. Alter, dass ich hier drin gekocht werde. Oh mein Gott. Pronto ist von uns. Oh oh. Hä? Jetzt juckt uns der Pronto. Ja, wenn er hier drüber steigt. Ja? Du machst das schon wieder Fallstrom. Oh, scheißegal. Oh, hier ist Kaka. Komm hier. Komm. Wir machen jetzt hier noch ein paar Dinos-Blatt. Attacke! Töten! Code-Mirror hol mich ab! Töten! Oh, das ist ein T-Rex. Oh, 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 oh. Oh je, oh je. Oh, ich sollte ich nur das. Der Pronto ist tot! Der Pronto ist tot! Der Pronto ist tot! Oh, hier brauche ich jetzt eine Rakete. Hast du eine Rakete dabei? Ne. Oh, hier schönes Gewülz rein, ey. Nicht geil. Oh, scheiße. Jetzt geht das. Okay. Deko, Deko, ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh! Marvin. Oh, oh. Marvin braucht mein Damage. Gott! Rein da, jawoll! Digga, alles weg hier! Glaubt ihr stehen, wo ihr seid, Alter? Was? Ich hab gerade ein T-Rex weggebrezelt hier. Glaubt ihr, was ihr hier macht? Sehr schön. Hier ist aber echt ein krasses Area hier, ne? Ja. Wie viele Viecher hier auch sind, ey. Das ist krass. Boah, ja. 400er Damage. Bin ich auch schon stolz drauf. Äh, nein. Boah, T-Rex Mund sieht echt nicht appetitlich aus. Schau mal. Dann guckt, ob der irgendwas cooles dabei hat. Was haben die denn so? Hallo? Ähm, ne, nur kacki. Alter. Der hätte mal zum Zahnarzt gemusst. Mhm. Nicht nur einmal. Was meinst du, meinst du vielleicht, die Dinos mutieren nur, weil sie nicht zum Zahnarzt gehen? Das breitet sich so vom Mund aus aus. Unter anderem auf jeden Fall. Digga, ein Bronto! Ihr musst doch so viel Primit haben. Mehr. Mehr. Was? Loll! Null! Der kommt einfach aus der Leiche raus. So ein Spino durch den Bronto hindurch diffundiert, Alter. Oh. 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 Jawoll, haben wir. Er backt nur ein wenig herum. War so ein Parasit, der eigentlich in dem Bronto gelebt hat. Ich habe gerade aus seinem Arsch gekrochen, als er gestorben ist. Ich wollte den nächsten Würz holen hier. Titan Wars, das ist unser scheiß Primit hier. Noch ein Bronto. Alter, hier sterben aber echt viele Dinos gerade. Okay. 300 Fleisch. Kann ich erst noch ein bisschen was wegschmeißen? Oh oh. Ja, ich graue auch schon wieder ab. Digga, die Brontos leben plötzlich? Was ist denn hier los? Die standen da gerade noch nicht so. Oh. Nein. Der vierte Raptor zerfickt mich. Nein. Oh. Ich glaube, ich sterbe. Ein AP. Ich bin... Oh. Digga, weil ich ihn nicht gesehen habe, Alter. Ich bin der extra... Ein Pfeil gebraucht, der wäre wahrscheinlich tot gewesen. Ich bin der extra nicht hingegangen, genau deswegen. Du musst ein neues Bett bauen. Ja, ich bin dabei, warte. Bett bauen. Digga, der T-Rex verfolgt uns jetzt auch noch. Hier kurz vielleicht. Fasern brauchen wir. Ach und Kurt Müller ist noch bei mir, ne? Ich weiß nicht, ob sie sich mit dem Raptor gerade boxen. Oh, der T-Rex kommt gerade eher. Das ist mein Problem. Mal mit. Los, knall die Brontos hier. Alter, drei Raptoren sind hier. Was ist die böse? Und greifen sie an? Ja, gebaitet. Jetzt. Nicht? Hallo. Hallo. Ja. Ja, ich muss mich hier erstmal um die ganzen Dinos gehören. Drei Raptoren haben sich verfolgt. Wenn ich jetzt Pech habe, gehe ich auch gleich drauf. Warte mal, sieht das gut aus. Wollen die mich haben? Alter. Die zerflexen echt gerade hart im Strich hier. Warte mal. Oh. Und. Guck mal, das reicht. So. Jetzt kurz abhauen. Also, wir brauchen Thatch Foundation. Und Simple Bed. The Bed. Oder nennen wir es einfach mal Einfaches Bed auf Deutsch. Ja, so. Fundament aus Stroh. Leider warten jetzt gerade der T-Rex und die ganzen Raptoren hier über mir. Oh ne, unter mir eher. Über mir wäre gut. Okay, es muss schnell gehen, Diko. Are you ready? Ich bin ready. Ja. Ich bin running. Oh, das Bett bitte auch noch mal schnell. Mordel Gombat. Oh ja. Es geht los. Es geht los. Saftiges genug. Warte. Oh, da flüssig ja schon. Lass mal ein Leiche hinten lassen. Lass uns mal kurz rächen. Äh, dein Leiche ist dort ganz, ganz weit hinten. Genau, in die Richtung. Ja, sieht gerade ungefährlich aus. Sind wir ein Steg oder? Ja, die ganzen Raptoren und T-Rexe sind hier. Direkt bei unserem Spiel, du. Please. Aber wirklich genau davor. Kannst du nicht angreifen, macht er nichts. Dann, äh, dürfen wir die auch gerade nicht angreifen, sonst. Doch, ich greife die jetzt an. Glock die an, sagen wir es mal so. Huh. Huh. Sie kommen. Sie kommen. Oho. Du brauchst mich doch. So, da kommen sie. Die Raptoren. Warte, ich mache jetzt euren Sturzflug auf den T-Rex. Mach ich auch, komm. Richtig, richtig Attacke. Mach aber wenig. Ah. Aber frischen ein, oder? Leute eingefroren. Was? Langsamer gemacht. Lol, geil. Digga. Lol, ich habe meine Pfeile mehr. Lol. Ich sterbe schon wieder. Hilfe. Ey, ich bin... Nein. Saftiges Klu, komm her. Digga. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, saftiges Klu. Krieg gerade richtig auf die Schnauze. Oh. Mach sie auf Follow. Ja, mach ich doch schon. Also, ich fliege da einfach nicht. Digga, komm her. Und jetzt habe ich auch ein Problem. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier rein und heilen. Oh. Abhauen. Oh mein Gott. Digga, mach mir doch nicht so ne Angst. Ich glaube, die... Der Spino braucht langsam wieder an der Kodik. Ich kann mich hier gerade um so ne Scheiße machen. Ich kann mich das echt nicht kümmern. Ey, warte früher. Dass ich da rein springe und dann nur einen Pfeil habe. Und dann merke, fuck. Und genau in dem Moment, wo ich merke, scheiß keine Funktion mehr. Ich will mich umdrehen auf die Eule und weg. Dann springe wieder Raptor an einfach. Ich habe mich gerade... Warte mal, ich muss mal hier kurz weg. Digga, hier sind einfach zu viele. Jetzt kommt auch noch Stegos. Ich habe keine Ahnung, was gerade machen soll. Ja, ich wurde von Level 38 Stegos gemacht. Richtig. Richtig Ehre genommen, Alter. Digga wurde die Ehre genommen in dieser Folge. Aber richtig. So, Bett. Bett. Ich kann sogar noch ein Bett bauen. Oh. Jetzt kommen hier die Mechanics Deko. Bist du bereit? Warte. Natürlich. Jetzt greift der Raptor natürlich auch noch das Bett an, oder was? Hier. Und die Foundation auch. Ey. Oh mein Gott, ey. Was ist hier los? Hey, Horst. Bett und Foundation platt. Jetzt mal ein. So. Acht. Schwarz. Und neun. Schwarz. Digga, Smartcast war das. Bin gespawnt. Dick. Woh? Wo? ASS Wie ist das denn? auto wo? Pass. ich weiß nicht was davon was ging das so das bett oh mein gott warte ich entfalle ich entfalle wo bist du denn da meine eule blutet schon okay okay alter ja ich hab sie ja 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 ich mache sie ja noch ein bisschen platz der spinos gleich hundertprozentig war digga wieso kommt denn die eule nicht weit genug runter dass ich aufsteigen kann ich kann ganz ehrlich gar nichts machen muss ich muss landen und die petri so platt machen ich kann ja okay ich bin gleich schon wieder tot ich hab noch 10 hp oder so warte wo bist du bist du wirst du da ich kann mich aufsteigen verfickte scheiße doch mal ich habe 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 ich digga dies auf follow ich habe fünfmal versucht im sprung aufzusteigen nicht einmal hat es geklappt und die ganze zeit von so einem scheiß raptor verfolgt also ich greife jetzt kurz die ganzen dino's an und schick sie denn hier runter einfach drei mal am stück gestorben weiter warte mal bett glaube ich habe ich aber keine materialien mehr doch einmal bett geht noch okay der schon mal runter gejobbt der stegur bitte auch noch mal so alter das ist ja auch gerade eine schwere geburt vor allem nicht warum warum ich nicht aufsteigen konnte auf saftiges knu kam die ganze zeit nicht dran smart cars wieder deko smart cars bereit ich bin bereit scheiß das bett ist nicht auf smart krass digga warum nicht okay ja bin gespawnt okay oh der stegur nimm den hier nimm einfach den ich kämpfe jetzt einfach ich kämpfe jetzt einfach nimm den hier meine mein oder denn nicht alter okay ist tot oh mein gott so jetzt ganz schnell zum spiel nur ich glaube wirklich der ist schon aufgewacht das wird nichts mehr glaube ich nicht das dauert ein bisschen aber ich soll die heilt es ja gar nicht selber nicht doch schon aber aber nur minimal ich glaube hier war das wie viele grüne leuchtfackeln ich habe weiter die sind alle drei stück genau in einer linie alter drei raptoren drei raptoren verfolgen mich ich schicke jetzt einfach hier wieder so ein arsch gefickter petri alter aber keine feile der raptoren fall bitte runter digga schwert komm her du lappenkopf so jetzt haben wir einen haarigen arschloch so wo sind die raptoren habe ich habe ich gerade runter geschickt ich glaube die haben ein spiel aufgegessen der liegt nicht mehr da was ja der ist tot tot oder das ist wach warte mal wenn das hier level 90 er ist ist tot und er ist aufgefressen die war auch aber alles greifen doch die spinos gar nicht an die war alles voller raptoren keine ahnung das war ja hier ja das war ja das war hier die ecke und der hat schon mal funktioniert diese ganzen raptoren alter das hat aber recht nicht gut funktioniert hier das hat echt nicht funktioniert das war chaos es hat alles begonnen dass ich immer im ersten tod mission impossible heute wenn es euch gefallen hat wenn ihr tippst und sagt dann schreibt mir in die kommentare und hoffentlich das morgen was ich dann reingehauen